Moin und Willkommen zum neuen Unboxing Video hier auf meinem Kanal. Heute packen wir von Pico die 58251 aus. Das ist ein Dreierset von FS Wagen, also ein Dreierset der FS Wagen. Die Wagen sind im Bekrigio Design der Epoche 5. Ja, mal schauen, die Rechnung. Von den Wagen haben wir schon ein paar, da die aber nicht so gut gelaufen sind, haben wir jetzt, hat uns darin entschieden, vielleicht ein, die Pico Wagen laufen wir sicherlich, bestimmt gut, haben immer gute Fragenschaften gehabt bis jetzt. Und dass wir die dann, die drei Wagen, so in das Verband der schon bestehenden Wagen, die nicht so gut gelaufen sind, einreihen. können, dass es vielleicht, ja, das etwas bessert, die Fahreigenschaften des Zuges. so, da ist das jetzt. Ja, die Wagen sind im Standard Aufbau der Eurofirma Wagen. aufgebaut. Ich bin mal gespannt. So, der Erste. Ich kann zu den einzelnen Wagen jetzt nicht so genau sagen. Der eine ist ein Erste Klasse Wagen und sonst nur Zweite Klasse Wagen. Das ist jetzt ein reiner Zweite Klasse Wagen. Jetzt muss man wahrscheinlich wieder die Trittstufen nach montieren. Sonst gibt es nichts. Ich hoffe, die Wagen sehen möglichst gleich aus den schon bestehenden Wagen. So. Dann nochmal ein Zweite Klasse Wagen. Der Erste ist, glaube ich. Ja. Der Erste ist nicht Raucher und der Andere ist Raucher. Na, den nehmen wir jetzt auspacken. Ist er wahrscheinlich ein Raucher, so wie ich das jetzt gesehen habe. So. Ja. Ne, ist auch kein Raucher. Hm. Okay. Ich verstehe jetzt nicht so ganz, dass bei dem einen die Zweite Klasse Grau ist, beim anderen Gelb. Ich dachte, es hat da eher was zu tun mit Raucher und Nicht-Raucher. Das hat sich jetzt nicht erfüllt, meine Theorie. Ich habe jetzt keine Ahnung, warum das Grau ist. Aber vielleicht weiß es ja jemand von euch, der kann es ja in die Kommentare schreiben. Die Zugzieheranzeige hatte ich noch gar nicht gezeigt. Von La Spezia nach Stuttgart. Und die Zwischenhalte, die sind zu klein, die kann man nicht lesen. Das ist jetzt ein Abteilwagen. Ja. 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 Das ist jetzt ein reiner Erste-Klasse-Wagen. Das muss ich jetzt ein Max benutzen. Ja. 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 Das ist jetzt Raucher, laufen, rollen auch sehr gut. Ja, das war es dann auch schon mit dem Dreier Set. Ich werde jetzt auch noch ein Fahrvideo dazu geben, auf jeden Fall, wir lassen jeden Wagen fahren in einem Video, der neu dazukommt, schon immer, ja, und dann war es das auch schon mit dem Video, ich hoffe es hat euch gefallen, lasst gerne ein Like und ein Abo da und dann sehen wir uns im Fahrvideo oder in einem nächsten Video wieder, ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.